Servus meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Wer bin ich, Folge Nummer 2 und ja, mit Fire und Remco. Ich bin der Cranky King, ich bin Cranky King. Genau, und wir spielen jetzt wieder hier YouTuber Raten und ja, ich bin als letztes dran, Fire war als erstes und Remco ist als zweites dran. Unten drunter stehen schon mal die Namen der jeweiligen Personen hier und Fire beginnt. So, meine Person ist sie männlich. Was haben wir nochmal genommen, Remco? Weiß ich nicht mehr. Wir machen mal privat und gucken mal. Schreibst du kurz privat? Nix! Ah, jetzt weiß ich's. Okay. Ja, du bist männlich. Mach ich Let's Plays. Nein. So, Remco. Da bin ich dran. Ähm, so. Ähm, bin ich männlich. Ja. Ja. Mach ich regelmäßig Videos. Ja, oder Feuer? Ähm, regelmäßig würde ich jetzt nichts sagen, weil... Was heißt regelmäßig, Remco? Was verstehst du unter regelmäßig? Ja, wöchentlich. Wöchentlich, ja, würde ich sagen, weil... Sein letztes Video war vor zwölf Stunden und, äh, dann das letzte vor vier Tagen. Ah, toll, scheiß Schummler. Das jetzt... Gib's mir als Tipps. Warum ist auch immer noch kein aktiver Plan? Trotzdem. Egal. Ja, Alter, hab ich jetzt so ne Frage, oder? Ja. Okay, ähm, mach ich Comedy. Ja, oder? Ja. Ja. Okay. Habe ich über eine Million Abos? Ähm... Nein. Okay. So bin ich. Ja. Sehe ich aus wie einer der vier Tokio Hotel Boys. Haha, nein. Scheiße. Oder, oder? Ich muss mich mal den Bild von mir anschauen. Hahaha. Haben wir noch mal gemacht. Ich war doch wie damals oder wie heute, weil heute sieht es dir nicht so anders aus. Damals. Ne, das ist kein... Keiner ist doch wie er... So, dann ist war ja wieder dran. Das war... Wache, ich komme die Videos. Ähm, nein. Och, Mann! Oh, jetzt bin ich. Ähm... Warte... Genau. Ähm... Habe ich braune Haare? Nein. Doch, hä? Doch, doch. Nein, oder? Doch. Sind braune... Die Art. Sicher? Hm. Frauen und hinterher sind es irgendwie so blond, die so ganz kleines bisschen braun sind. Ne, sind braun. Ja, okay. Okay. Ich bin aber nicht fresh Torge wieder, oder? Das war ne... War das jetzt ne Frage? Ne, eigentlich nicht. Ähm, genau. So, äh, ja stimmt, ich habe ja eh unter einem Leben Abos, von daher. Ähm... Mache ich auch Gaming? Macht er das? Auf sein Hauptkanal nicht, oder? Ja. Auf sein Hauptkanal nicht, also nein. Aber er macht Gaming. Ja, aber nicht auf sein Hauptkanal. Und das geht jetzt explizit über sein Hauptkanal jetzt nur. Okay. So, dann bin ich, ähm, bin ich überhaupt YouTuber? Äh, ja. Mache ich aktive Videos? Ähm, nein. Also, mache ich keine aktiven Videos? Nein. Nein, halt nicht regelmäßig halt. Was heißt regelmäßig? Ja, aktiv ist das selber wie regelmäßig, oder nicht? Ja, was ist für euch jetzt regelmäßig? Was bedeutet das nicht regelmäßig? Ja, wöchentlich. Also, er macht nicht wöchentlich Videos? Nee. Okay, dann ist Feier. Ähm, hm. Also, es ist nicht oft, sagen wir es so. Okay. Hm, ich mache schon langsam, weil ich bin. Seit drei Jahren YouTube, wenn ich noch mehr... Ja. Wow. Mache ich Tutorials? Nein. Hä, was? Ich mache keinen Let's Plays. Ich mache kein Tutorials. Ich mache... Ja, wow, du bist jetzt zwei Sachen gefällt. Drei Sachen gefällt. Es gibt noch tausende Bereiche von Sachen. Ja, ist so. Weil du sie nicht kennst, Alter. So, Remco, du bist. Ähm, genau. Und zwar... Bin ich Alexi Bexi. Ja. Das war so klammig. Im Gaming-Kanal. Und Brauhlase. Geil, Alter. Bin ich gut. So, bin ich... So, ich mache nicht regelmäßig Videos. Ähm... Nein, das war jetzt nur eine Wiederholung. Ja, ja, ja. So, bin ich... Bin ich... Nee. Bin ich ein Nebenkanal? Nee, kein Nebenkanal. Also, nein. Okay. Habe... Habe... Ich... Über... 100.000 Abonnenten. Ja, oder? Ist gut. Ja, hat der. Hat der. Ey, noch was wegen... Alexi Bexi bleibt mir auch irgendwie klein. Aber im Feier den auch ab und zu mal schaut, glaube ich. Äh, äh. Nicht mit jeder Kanne. Nee, stimmt. Feier kam auf ihn. Hm. Feier nix. 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 Du hast noch eine Frage, weil... Ja. Ja. Du bist dran. Also, ne, Minecraft-Video war ich jetzt nicht. Weil das ist ja... Let's play's. Ja, mehr oder weniger. Bin ich aktiv? Wer ist aktiv? Ach, ich hab grad die Seite geschlossen. Ja, Remco, du kannst jetzt nachschauen, ganz alt, weil du hast ja schon gewonnen. Ja. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Aua. Wow. Aktiv? Ähm, nein. Okay, dann bin ich wieder dran. Eigentlich nicht. Warum? Also, bei mir war es ja so, dass ich nicht aktive Videos mach' und ich bin... Zumindest nicht mehr. Was? Ich mache keine aktiven Videos und ich bin auch kein Nebenkanal, ne? Ja, du bist schon Hauptkanal. Bin ich Taddel? Nein. Scheiße. Ähm, bin ich über 20 Jahre alt, oder? Bin ich 20? Ja. Ob du genau 20 bist. Über 20 oder 20? Über 20. Ja. Ja, ja, ja. Oh, das ist eigentlich die Großheit, oder? Hm. Hermes. Hm. Achso, ja stimmt. Ja, ich bin dran. Ähm. Ja, wenn ich dachte... Ne, weiß nicht, bin dran. War ich Gameplays? Nein. Junge, das war die dümmste Frage. Mach ich Gaming? Nein. Mach ich Gameplays? Da, ich hab nur gefahren. Let's Play. Ja, aber das ist. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder dran, meine Freunde. Hm. Mach ich seit über zwei Jahren YouTube. Moment, Moment. Moment, ich glaub schon, war das gut. Warte, 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 ich bin da, warte, mach. Ähm, das will ich mal so nachschauen. Und... Aber wie, ihr habt mir irgend so ein Zugdeuern gegeben. Es kommt eine Werbung in Englisch. Ja, 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 über. Ähm. Was hab ich denn alles gefragt? Hab ich... Mach ich Gaming gefragt? Nee, ne? Ja, ist immer noch nicht gefragt. Mach ich Gaming? Hm. Hm, du spielst nicht, aber es hat was mit Gaming zu tun. Ja, also mach ich Gaming, es hat nichts mit Let's Play zu tun. Obwohl, obwohl, obwohl du machst, du machst auch Gaming, aber... Du machst auch, aber hauptsächlich geht's eher nicht um die, um die Spiele, um das Zocken direkt. Ah, hab ich über 100.000 Abonnenten? Ja. Bin ich Mythos of Gaming? Nein. Falsch. Oh Gott, Alter. Oh, weil, den, den wir uns ja extra für den ausgesucht haben, ne? Ich glaube, auf den wirst du ja auch jetzt nicht so schnell kommen, weil... Kenn ich den überhaupt, Mann? Na klar, kennst du den. Natürlich, 100 pro, 100 pro. Du magst den auch? Also es hat über 100.000 Abonnenten gehabt, ne? Ja. Okay. Dann bist du feiert. Och, du Scheiße. Hm. Das kann ich fragen, nämlich. Muss man mal überlegen, ne? Ich... Ich hab über 100.000 Abos, bin 20. Mach aber kein Gaming. Nein, mach du nicht. Mach ich Vlogs? Nein. Obwohl... Na, ne, eigentlich nicht. So bin ich männlich. Ja. Bin ich braun. Nein. Haarig. Nee. Bin ich braun, ne? Haarig. So far, ja. Hey, kenn ich den echt jetzt? Ja. Oh, Mann. Ich wollte gerade jemand sagen, aber der macht Let's Plays. Mann, Scheiße. Scheiße. Und fragte mal weiter nach zum Bereich, du weißt ja immer noch nicht genau, was er überhaupt macht. Ja. Der Schminktipps macht er bestimmt nicht. Ah, mein Nase, Mann. Ah. Alter, es gibt doch noch ein sehr wichtiges auf YouTube, was viele Leute machen. Was? Wichtiges Genre. Wichtiges Genre, genau. Das ist so wichtiges Genre auf YouTube. Darf man mehrmals fragen, welche HV man hat, oder? Ja, oder? Ja, schon. Ja, doch, oder? Ja. So, ähm. Ja. Fällt man nicht so alt sein, Leute? Ich bin so total dich. Frag noch mal weiter danach, was du auf YouTube machst. Ja, wie fällt gar nichts ein außer Let's Plays, Comedy und... Junge, was macht fast ja YouTuber irgendwann mal? Minecraft spielen. Unlustig. Selbst wenn sie es nicht können, die machen es alle irgendwann mal. Und macht nur mit dann Kohle. Lol. Wenn ihr euch wundert, warum das gerade so ist, ähm... Ich bin hier gerade am Laptop und meiner Cam. Alter. Ey, jetzt werden sie alle wieder in die Kommentare schreiben und gucken mal, wie dumm feier ist. Ist er ja auch. Ist er auch. Halt bloß, ich schnauze. Fällt doch nicht mal eine Frage ein. Los, macht es meiner einen Rapper. Ein Rapper. Nein. Oh, der, 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 doch, 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 doch. Ja, doch, ja. Okay. Ich hab gerade auf Jokers Person geguckt, deswegen. Oh. Doch, du wirst, ja. Oder hast du noch eine Frage? Hat mein YouTube überhaupt... Also, hat der überhaupt einen YouTube-Kanal? Ja. Nö. So hättest du ja nicht mehr als 200.000... Du hast doch auch letztens Joker doch eine Person mal gegeben. Ja, aber... Aber du hast doch gefragt, der hat über 100.000 Abonnenten gehabt. Ja, also. Oder hast, denkst du, der hat einen Kanal und der gehört gar nicht ihm. Hab ich denn abonniert? Ja, was heißt ich, Mann? Ich würde jetzt eher an einen sagen, ich glaube nicht. Aber du gibst ihn auf jeden Fall. Hat er beim JBB mitgemobbt? Nein. Nein. So bin ich wieder... So, ich hatte über 100.000, ne? Ja. Mach ich nebensächlich was zu den Gaming-Videos? Ja. Wobei, nicht direkt... So, eigentlich schon. Videos, oder? Doch, doch. Ja, doch, 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 doch. Du hast doch gesagt, ich mach Gaming, nicht nur. Ja, ja, aber... Ja, doch, du machst Gaming-Videos auch. Aber nebensächlich, ja. Also mach ich mehr die andere Genre als das. Wobei, doch, du machst schon eigentlich öfters Let's Plays, also Gaming halt, aber es gibt... Du bist durch das andere Bekanntheit. Bin ich blond? Ne. Ich fang... Ich komm, ich kenn noch ein paar Leute noch, ich komm noch auf die, ich komm noch auf die, ich komm. Okay, feiern los. Also ich bin Rap, also mach ich Rap nebensächlich oder ne, mach ich nur ganz Rap. Nebensächlich, nein, so, also, nein. Mach ich Vlogs nebenbei. Nein, oder? Ne, ich glaub nicht. Ja, gesagt, so Info. Ne, ne. Ja, Info-Videos sind doch keine Vlogs. Und wenn jeder macht mal Info-Videos und sagt, ja, sorry, kein Video, weil Baum. Ja, nicht, weil ich kann ja auch welche, damit zum Beispiel die am... Mach nü. Ja, okay, feier ist dran. Das ist jetzt schwer. Mach ich nebenbei Vlogs, also nebenbei. Hast du das schon mal gefragt? Nein. Hast du schon gefragt? Aber egal, du hast es dir nicht gemerkt, also nein. So, dann bin ich wieder dran. Jetzt fällt jetzt keiner ein, weil ich... Weil wirklich, Leute, ich höre nicht so auf Rap. Du kennst ihn aber. So, ähm, bin ich ein Einzelperson. Oh, ich glaub ich kann schon mal raten, wer ich bin. So, ich hatte über 100.000 Opponenten, ne? Ja. Ich bin nicht braunhaarig, ich bin nicht blond. Hey, wir haben nicht gesagt, dass du braunhaarig bist. Hey, doch, ich hab mal gefragt, bin ich braunhaarig? Ja, doch. Oh, ich hatte mal ein Schwarz. Ja, doch, du bist braunhaarig. Hey, dann durfte ich jetzt nochmal fragen, eigentlich. Du Schummler, Remco. Richtiger Schummler. Ich hab gesagt, bin ich braun. Haarig, hab ich dann gesagt. Ja, statt das Haarig wär Spaß gewesen. Nein. Du musst also fragen, bin ich behaart. Ja, du bist braunhaarig. Von mir aus kannst du zwei Fragen stellen. Auch wenn du nein. So, braunhaarig, ne? Ja. Äh. Er ist braunhaarig und wen kenne ich denn über 100.000 Abonnenten? Ich mache über zwei Jahre Videos, ne? Ja. Habe ich einen Nebenkanal? Mh, ja. Äh, what the fuck, alter. Sind die Gaming-Videos Let's Plays? Sozusagen schon. Also sie heißen nicht Let's Plays, aber es sind eigentlich schon welche, ja. Was heißt, sie heißen Let's Plays? Ah, er sagt jetzt nicht, wir kommen zu Let's Plays. Er sagt halt einfach, wir kommen zum Spiel. Hat er einen bekannten Spruch, den er von sich gibt? Das weiß ich nicht. Ich kenne, ich kenne ihn jetzt auch nicht von durch eine Let's Plays. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Man kennt ihn ja auch eigentlich nicht durch die Let's Plays. Nein, ich meine jetzt, ob er überhaupt einen Geheim, äh, überhaupt einen Spruch hat. Nein. Nicht in seinen Let's Plays, sondern überhaupt. Mh, mh. Okay, dann darf ich jetzt nochmal, ne? Ja. So. Habe ich einen Merchandise-Shop? Ich glaube schon. Warte, ich gucke jetzt nach. Soll ich gleich einfach mal drauf losraten, wenn ich glaube, wer ich bin? Kannst du aber, ja, du hast einen... Ich habe einen Merchandise-Shop. Ja. Kenn ich den überhaupt? Natürlich, haben wir doch gerade gesagt, du kennst den. Ja, du kennst den. Mag ich ihn. Ja. Moment mal. Ja, du solltest eigentlich einen Shop haben. Ja, mag ich ihn. Ja, du magst ihn. Er ist braunhaarig. Ja. Ja. Mach ich Comedy. Nein. Ich meine jetzt Comedy neben den Gaming-Videos. Nein. Hä, was mache ich dann? Tja. Okay, Feuer ist. Also, ich gebe dir mal einen ganz kleinen Tipp. Das ist hauptsächlich... Ja, deine hauptsächlichen Videos haben was mit Gaming zu tun, aber du zockst da nicht. Halt. Okay. Also, bin ich ein bekannter Rapper? Ja. Hä, wie hauptsächlich? Du hast gesagt, der macht nicht viel mit Gaming. Nein, der macht nicht viel. Okay. Wie kann man das formulieren? Okay, mit Gaming hat es nichts zu tun. Also, er zockt das nicht. Ja, ich habe doch nur gesagt Gaming allgemein, ob die Videos Gaming sind. Wenn es um ein Gaming geht, dann ist es ja Gaming. Ja, um mit Games zu tun, ja. Ja, ich meine damit, ob er Gaming macht. Nicht mit Let's Plays, wo er zockt, sondern allgemein nur mit Gaming. Ja, ja, ja. Hatte ich ja gemacht. Du hast gesagt, ich habe gesagt, nebensichtlich nur. Ja, doch, auf seinem Nebenkanal macht er Let's Plays. Und auf seinem Hauptkanal macht er was, was Gaming zu tun hat. Aber nein, es ist nicht Mock. Okay, dann bist du feier. Also, ich bin bekannter, bin ich Bushido. Nein. Nein, ich dachte, ich werde ja. Also, auf meinem Hauptkanal mache ich Gaming nur. Ja. Und ich habe über 100.000 Abonnenten. Ja. Und ich habe noch einen Let's Plays-Kanal. Ja. Okay, macht er die Let's Plays auf dem anderen Kanal. Ja. Okay. Bin ich eigentlich so bekannt? Also, gibt es Leute, die sagen auf der Straße, ja, der und der ist cool. Auf jeden Fall. Also, er ist bekannt. Vielleicht nicht in Deutschland, aber... Spreche ich Deutsch? Nee, ne? Nein. Okay. Hm. Ja, komm, weiter. Hm, interessant. Ja. Das muss ich mal überlegen, weil so... Ja, mach, Thorane. Du bist doch feierabend. Ja, mein Bruder. Ja. Ja, mach. Ja. Ja, mach. Ja, ja. So, ähm... Flare? Nein. Nein. So. So. Frag mal, ich will drauf. Los. So, ich bin jetzt wieder dran. Ja. spreche ich englisch ja mache ich videos auf englisch komme ich aus schweden ne also also es ist eigentlich eine doofe frage mit sprich englisch weil in den videos weil du sprichst nicht unbedingt in den videos ja was laberst du ja du redest nicht unbedingt in deinen videos okay da weiß ich schon wer das ist smug smug mcgrove ja es war doch ist doch eigentlich mit gaming ich habe jetzt ein paar wer die ich weiß soll ich einfach alles an dich du bist dran fragt auf machen nein nein wenn du einfach so fragt und sagen wir auch nicht ob es stimmt oder nicht ganz oder ja der ist doch sowieso als einziger noch dran macht doch weiter abgeben dann mache ich habe nicht beim jbb mitgemacht ja wie doch das jbb gegründet habe so behindert was ist so nicht finde ich nicht wo man ich gebe auch ich gebe auch echo fresh war es ja ist klar der hätte ich eigentlich als nächstes getippt aber ich weiß nicht ob man youtube kanal hat ja hat ja natürlich alter das so wie man mit mal so gut der einzige der ein youtube kanal von den armen hat sich dort außen wo sie dort auch einen eigenen kanal ja bushido und echo fresh am einzigen kanal das ist überhaupt gar kein kanal alter halt die klappe muss siegut da wollen wir noch eine wunde machen mehr machen oder er ist heute mit mehr nicht also ich werde da nur zu hören ja dürfte ich aber also ich möchte nur mit zu haben dürfte ich aber mit wählen doch wieso einfach so weit ich habe kein bock mehr auch auch da darfst du nicht ja bei euch haben zu ja genau wir rufen jetzt denn es an tschüss